Wir sind sehr froh, unseren Sport in dieser Region promoten zu können. Damit meine ich nicht nur Katar, sondern die ganze Region. Wir brauchen die ganze Golfregion hinter uns, um den Handball zu fördern. Es ist sehr wichtig für uns, Unterstützung von Katar, Saudi-Arabien, Kuwait, den Emiraten und Bahrain, von all diesen Ländern zu bekommen, um Handball weltweit zu promoten. Ich denke, Katar ist immer bereit für alles. Wir sind jederzeit bereit, jedes Groß-Event auszurichten, seien es Olympische Spiele oder andere Events. Der Weltverband hat nichts mit dem Einbürgerungsprozess zu tun. Der Nationalitätenwechsel obliegt dem Kongress. Wenn ein Spieler zum Beispiel aus Polen kommt, muss dieser Spieler um Erlaubnis beim IHF-Kongress fragen. Und dann kann diesem Wechsel zugestimmt werden oder er wird abgelehnt. Aber die Mehrheit des Weltverbandes hat kein Stimmrecht. Also müssen wir dessen Entscheidungen respektieren. Wir haben während des Turniers 125 Dopingproben durchgeführt. Das ist ein Rekord. Nur zu ihrer Information, Handball ist ein sauberer Sport. Handball ist ein sauberer Sport.